Jetzt hier in Gelsenkirchen. Das ist ein Transfer, der tatsächlich ein bisschen überraschend kam, wahrscheinlich für dich auch, für einige Fans auch. Kannst du die Skepsis und die Kritik der Fans aus Bochum und auch von Teilen auf Schalke verstehen, die sagen, das ist so ein Wandervogel, er erzählt letzte Woche noch, in Bochum bin ich der passende Deckel und jetzt ist er plötzlich auf Schalke? Lass uns mal ein bisschen teilhaben. Ja, ich glaube in erster Linie, wenn ich ein Mensch bin, der geerdet bin und der bin ich, davon kann ich überzeugt sagen, dass ich das bin, glaube ich schon, dass ich die Leute verstehen kann. Und natürlich ist aufgrund der Rivalität, der Nähe auch des Vereins, kann ich alle verstehen, die sicherlich das sagen. Und auch wenn man auf meine Karriere schaut, glaube ich, überzeugt sagen zu können, dass ich viele Vereine gehabt habe, worauf ich aber sehr, sehr stolz bin, diese Vereine gehabt zu haben, weil jeder einzelne Verein hat mich weitergebracht in meiner Karriere und heute hier wirklich auch stehen zu können. Und am Ende des Tages ist es für mich immer wichtig zu sagen, dass egal wo ich spiele, ich mein Herz auf den Platz lasse und wirklich das dem Verein geben möchte, wie ich selbst gestrickt bin. Und am Ende des Tages ist dann die Beurteilung aller Außen zu sagen, okay, der lässt jetzt sein Herz auf den Platz, der lässt sein Herz nicht auf den Platz. Und das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und was dann jeder Einzelne erzählt, draußen drumherum, das hat mich noch nie berührt, das wird mich auch nie berühren. Wichtig ist meine Familie, meine engsten Freunde und dass ich in Ruhe arbeiten kann. In Ruhe meine ich damit, dass ich mich natürlich all dessen stelle auch, dessen bin ich mir auch bewusst, aber für mich einfach in Ruhe arbeiten kann, meine Leistung auf den Platz bringen kann, damit der Mannschaft helfen kann und damit auch dem Verein letztendlich, wo ich spiele, auch helfen kann. Warum Schalke? Warum Schalke? Weil Ruven Schröder mich, ich weiß es gar nicht, heute haben wir Dienst, Mittwoch, der vor circa zehn Tagen angerufen hat und mich sehr, sehr überzeugt hat in den Gesprächen von Anfang an zu sagen, was für eine Rolle hier auf Schalke wirklich auch ich spielen kann und wir als Verein auch, was angepackt werden muss und soll und wird. Und damit kann ich mich einfach identifizieren. Das ist genau das, was ich in meiner Karriere, in den 13, 14 Jahren, die ich jetzt in meiner Profikarriere unterwegs bin, eigentlich in jedem Verein vorgefunden habe. Sich wirklich um den Klassenerhalt zu erkämpfen, dafür wirklich auch voranzugehen und wirklich auch Dinge, Eigenschaften auf den Platz zu bringen, die mich auch einfach auszeichnen. Ja, wo ich auch selbst stolz darauf bin, dass ich ein gutes Elternhaus genossen habe und sagen kann, meine Eltern haben mich dahingehend erzogen, wirklich immer wieder voranzugehen, wirklich hart zu arbeiten, sich etwas hart zu erarbeiten. Und damit meine ich jetzt in dem Fall dann auch sich den Klassenerhalt über die nächsten Jahre hart zu erarbeiten. Sagen alle, der Polter und der Terodder, das sind ja ähnliche Störertypen, das funktioniert noch nie. So, was sagst du denen? Das kann ich nicht zu sagen, weil ich habe mit Simon noch nie wirklich zusammengespielt. Natürlich ist, ich habe es auch gerade schon gesagt, Simon ist egal, bei welchem Verein er gespielt hat, auf der Position wie ich am Ende des Tages. Er hat sehr, sehr wichtige Tore geschossen für all die Vereine, sehr, sehr viele wichtige Tore geschossen für all die Vereine, wo er gespielt hat. Und das ist am Ende des Tages sicherlich etwas, was uns irgendwo dann ähnelt. Weil auch ich habe wichtige Tore geschossen für die Vereine, wo ich gespielt habe. Und am Ende des Tages ist es eine Bewertung des Trainers oder des Trainerteams, des Vereins darüber hinaus. Aber ich glaube schon, dass wir nicht komplett gleich sind. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Simon, so wie auch ich, sehr, sehr mannschaftsdienlich spielen. Alles für die Mannschaft tun auf dem Platz. Und da ist es egal, ob man alleine oder zusammen spielt. Aber kannst du dir vorstellen, also ist das für ein Vorstand? Definitiv. Ich glaube auch, dass es sehr gut funktioniert. Schalke ist ja jetzt ein besonderer Verein, sicherlich auch mit seiner Fans, ein sehr emotionaler Glück mit seiner Atmosphäre. Ist das etwas, auf das du dich vielleicht besonders freust? Ich meine, du bist ja auch ein Spieler, der in früheren Zeit auch schon mal gesagt hat, dass du das inspirierend findest. Und in dem Zusammenhang auch kann das manchmal auch zum Problem für die Mannschaft werden, wenn, sagen wir mal, die Enttäuschung von den Fans in schlechten Saison-Farben sind. Was ist da dein Rezept, damit umzugehen? Also erst einmal finde ich, dass wir in Deutschland sehr, sehr viele tolle Traditionsklubs haben. Allererster Satz von mir. Und zweitens ist es toll, einfach eine Fankultur hinter einem Verein zu haben, wie hier auf Schalke, die den Verein einfach lebt. Ja, und einfach auch wirklich irgendwo alles für den Verein tut, in schlechten wie in guten Zeiten. Und ich bin immer jemand, der in schlechten Zeiten wirklich eigentlich mehr die schlechten Zeiten in den Vordergrund stellt. Weil ich glaube, dass wenn man in schlechten Zeiten wirklich viel miteinander kommuniziert, auch viel miteinander einfach spricht und auch wirklich direkt und ehrlich zueinander ist, dann kann man daran wachsen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und ich glaube, dass der Verein da in dem letzten Jahr, besonders in dem letzten Jahr in der zweiten Liga, einen sehr, sehr wichtigen und großen Schritt gemacht hat. Einfach jetzt für die nächsten Jahre, dass wir alle zusammen wirklich an einen Strang ziehen und diesen Weg dann am Ende des Tages gehen. Und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Keine Angst, dass die Erwartung manchmal zu groß wird. Man vergisst es ja. Schalke ist ein Aufsteiger. Budgettechnisch unterscheidet sich der Klub nicht wesentlich von anderen Aufsteigern. Aber viele haben immer noch so im Kopf oder im Herzen, weil der Schalke ist eigentlich viel größer. Ja, auch das ist sicherlich ein Thema, was wir auch sicherlich in der Mannschaft dann haben werden. Ja, aber ich glaube, dass wenn wir in der Mannschaft, der Mannschaftskern einfach wirklich diese eine Meinung hat, dass wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren, auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist, Spiele zu gewinnen, erfolgreich zu sein. Aber auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn wir mal nicht erfolgreich sind, wirklich uns auch vielleicht mal die Körper einhauen, auch mal ehrlich zueinander sind in der Kabine. Weil ich glaube, dann, auch dann ist es wichtig, eine Meinung zu finden und nicht in der Mannschaft viele Meinungen zu haben und nicht auf einen Nenner zu kommen. Weil dann gehen die Wege innerhalb der Mannschaft auseinander. Und ich glaube, das wäre auch etwas, was dann nach außen hin das zeigt, dass man vielleicht nicht eine Mannschaft ist, dass man auch nicht erfolgreich ist, kommt dann noch dazu. Der Druck im Fußball, im Profisport, ich glaube, der gehört immer dazu. Und ich glaube, dessen muss sich jeder einzelne bewusst sein und ist sich sicherlich auch bewusst. Und nochmal, ich bin immer jedem ein Freund davon, auch in den negativen Phasen, wirklich auch darauf Stärke zu ziehen und größer zu werden, um dann erfolgreich am Ende wieder zu sein. Frank Kramer hat ja mit Arminia Bielefeld die laufstärkste Mannschaft in der vergangenen Saison auf Platz gebracht. Vorbereitung an sich ist ja eh immer anstrengend. Aber könnte natürlich schon eine viel Konditionsarbeit sein. Freut man sich darauf? Ja, freuen ist vielleicht jetzt das falsche Wort, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin jetzt mittlerweile 13 Jahre Profi. Ich glaube, damit verbunden 26 Vorbereitungen hinter mir. Die Vorbereitung ist immer das Härteste im Ganzen. Aber ich bin auch Realist und sage, wir brauchen einen guten Grundstein für die Saison. Und deswegen muss man hart arbeiten. Ich bin gerne jemand, der hart arbeitet. Ich weiß, dass der Trainer seine Mannschaften immer die laufstärksten Mannschaften sind. Damit habe ich gar kein Problem, weil ich auch jemand bin, der wirklich auch intensiv arbeiten möchte. Auch vorne intensiv mich wirklich immer wieder aufreiben möchte. In meiner eigenen Spielweise werdet ihr das sicherlich kennenlernen, dass es manchmal schon vielleicht so ein bisschen too much wirkt im Ganzen, im Großen. Aber das ist etwas, wo ich mich auch komplett drin sehe. Und nochmal, ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr schon mal gesagt, oder die letzten Jahre in der Bundesliga. Die Bundesliga geht, glaube ich, gar nicht anders. Außer diese Intensität auf den Platz zu bringen, wirklich auch viel zu laufen. Das ist heutzutage normal geworden, irgendwo ein Stück weit. Und ich glaube, da müssen wir alle hart anpacken in der Vorbereitung, um wirklich erfolgreich zu machen.